Auf dem kleinen Empfang, der anlässlich meines Ausscheidens aus dem Polizeidienst des Staates New York veranstaltet wurde, sah ich Stephanie Mailer, die sich unauffällig unter die Gäste gemischt hatte, zum ersten und letzten Mal. An jenem Tag hatte sich eine große Menge Polizisten aus sämtlichen Brigaden unter der Mittagssonne vor dem hölzernen Podium versammelt, das bei solchen Anlässen immer auf dem Parkplatz der Regionalzentrale der State Police aufgebaut wurde. Ich stand auf dem Podium, neben mir mein Vorgesetzter, Major McKenna, der während meiner gesamten Polizeilaufbahn mein Chef gewesen war und sich jetzt in seiner Dankesrede schier überschlug. »Captain Jesse Rosenberg ist noch ein junger Polizist, aber er hat es offensichtlich sehr eilig zu gehen,« sagte der Major, was das Publikum mit Gelächter quittierte. »Ich hätte nie gedacht, dass er vor mir den Hut nehmen würde. Es geht im Leben wirklich nicht gerecht zu. Alle würden sich freuen, wenn ich ginge, ich bin aber immer noch da. Und Jesse hätten alle gerne behalten, aber Jesse geht.« Ich war 45 Jahre alt und hatte meinen Abschied aus freien Stücken genommen. Nach 23 Dienstjahren hatte ich beschlossen, den mir mittlerweile zustehenden Ruhestand anzutreten, denn ich wollte endlich etwas verwirklichen, das mir schon lange am Herzen lag. Bis zum 30. Juni hatte ich noch eine Woche zu arbeiten. Danach würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. »Ich erinnere mich noch an Jesses ersten großen Fall,« fuhr der Major fort, »einen grausamen Vierfachmord, den er brillant gelöst hat. Dabei hatte ihm das keiner in der Brigade zugetraut. Er war ja damals noch ein totales Greenhorn, und von da an war es jedem klar, was für ein Kaliber dieser Jesse hat. Jeder, der mit ihm gearbeitet hat, weiß es. Er ist ein außergewöhnlich guter Ermittler. Ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, er ist der Beste von uns allen. Wir haben ihn den Hundertprozentigen getauft, weil er die Fälle, an denen er dran war, alle gelöst hat. Das macht ihn einzigartig. Seine Kollegen bewundern ihn. Jahrelang war er ein gefragter Sachverständiger und Ausbilder der Polizeiakademie. »Eins kann ich dir sagen, Jesse. Schon seit zwanzig Jahren sind wir alle neidisch auf deinen Erfolg.« Wieder lachte das Publikum. »Wir haben nicht ganz verstanden, was das eigentlich für eine neue Sache ist, die da auf dich wartet, aber wir wünschen dir dabei alles Gute. Glaub mir, du wirst uns fehlen. Du wirst der Polizei fehlen, vor allem aber unseren Frauen, denn zu unseren Polizeifesten sind sie hauptsächlich deinetwegen gekommen. Nach diesen Worten brandete der Applaus auf. Der Major umarmte mich freundschaftlich. Dann stieg ich von der Bühne, um alle zu begrüßen, die mir zuliebe gekommen waren, ehe sie sich aufs Buffet stürzen würden. Als ich einen Augenblick alleine dastand, wurde ich von einer sehr hübschen Frau um die dreißig angesprochen, die ich, soweit ich mich entsann, noch nie gesehen hatte. »Dann sind Sie also der berühmte Hundertprozentige?« fragte sie in schmeichelndem Ton. »Scheint so«, antwortete ich lächelnd. »Kennen wir uns?« »Nein.« »Ich heiße Stephanie Mailer. Ich bin Journalistin beim Ophia Chronicle.« »Wir gaben uns die Hand.« Dann sagte Stephanie, »stört es Sie, wenn ich Sie den 99-prozentigen nenne?« Ich runzelte die Braun. »Wollen Sie damit andeuten, dass es da einen Fall gibt, den ich nicht gelöst habe?« Sie zog bloß einen Zeitungsausschnitt aus dem Ophia Chronicle vom 1. August 1994 aus ihrer Tasche und reichte ihn mir. Vierfachmord in Ophia, Bürgermeister und Familie getötet. Samstagabend wurden Joseph Gordon, der Bürgermeister von Ophia, seine Frau und ihr zehnjähriger Sohn im eigenen Haus erschossen. Das vierte Opfer hieß Megan Perderlin, 32 Jahre alt. Die junge Frau hatte zur Tatzeit ihre Joggingrunde gedreht, und wurde vermutlich unfreiwillig zur Zeugin des Mordes. Sie wurde auf offener Straße vor dem Haus des Bürgermeisters erschossen. Den Artikel zierte ein am Tatort aufgenommenes Foto von mir und meinem damaligen Partner, Derek Scott. »Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte ich sie. »Diesen Fall haben Sie nicht gelöst, Käpt'n.« »Was wollen Sie damit sagen?« »1994 haben Sie sich im Täter geirrt. Ich dachte mir, das wüssten Sie bestimmt noch gern, bevor Sie den Dienst kütieren.« Ich hielt das Ganze zunächst für einen blöden Scherz der Kollegen, bis ich begriff, dass Stephanie es ernst meinte. »Führen Sie hier eigene Ermittlungen durch?« »Gewissermaßen, Käpt'n.« »Gewissermaßen?« »Das müssen Sie mir schon etwas genauer erklären, wenn ich Ihnen glauben soll.« »Es ist die Wahrheit, Käpt'n. Ich werde gleich im Anschluss an diesen Empfang jemanden treffen, der mir wahrscheinlich einen unwiderlegbaren Beweis liefert.« »Gewissermaßen, Käpt'n.« »Gewissermaßen, Käpt'n.« Vielen Dank.